Lieber Dirk, heute wäre natürlich an dieser Stelle ein Ständchen angebracht. Da Singen aber nicht zu meiner Spezialdisziplin gehört, möchte ich dir und allen Fans das ersparen. Ich möchte dir aber ganz recht herzlich im Namen der deutschen Avia und des gesamten Teams von AviaTV-Skisprung-Talk dir alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Neben viel Glück, natürlich viel Gesundheit und einen wunderschönen Tag heute im Kreis deiner Familie. Und ihr liebe Fans dürft dem Dirk auch gratulieren. Wir versprechen jeden einzelnen Wunsch an ihn weiterzuleiten. In diesem Sinne einen wunderschönen Donnerstagnachmittag noch und bis bald.